AHHHHH Mach mal ein bisschen schneller Oh, ey Ja, keinen So, warte Katschop Katschop Katschop, mother fucker Katschop Noch ein Problem Noch ein Problem Gut Was? Oh Ein bisschen zu weit weg Und Ey, fortzimmern So Die Tür reicht schon Oh oh So Jetzt reicht's ja Oh More shadows block the way Hä? Oh Ganz ruhig bleiben hier Oh Oh Doom dee doom Aha, okay Muss das ja hier unten sein Muss das ja hier unten sein Ah, doch Doch Gut Oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sehr geil gemacht. Und dass du gerade mit dem Heli abgestürzt bist, das hat nicht so wehgetan. Von mir aus. Die Schleuchte von der Schleuchten sind aus der Schleuchte. Die neue Gelegenheiten liegen. Es sieht gut aus. Die Schleuchte können nicht stoppen. Okay Hey, ich bin einfach zu langsam heute Schlagt da gerade einer gegen die Tür Muss das sein? Ja, f*** dich, Mann Das krieg ich, glaube ich, nicht auf mit der Axt, oder? Ah doch Grüezi miteinander Nicht alle gleichzeitig, bitte Warte mal, ich will wieder mal Take it easy, motherfuckers Da drin ist ja noch einer Grüezi Ich habe schon wieder fast kein Leben mehr, Mann Und keine Munizio mehr Ja, okay Boah, ich bin einfach zu langsam, Alter So, doch bald Ich will hier mal nicht auf die Fresse fallen am Anfang Ja, da ist man halt Hopps Und dann Hopps, 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 hopps Jawoll So ist das gedacht Das kann ich nicht schon mit der Steinschleuder machen, da, oder? Habe ich die überhaupt noch? Ach ja Was muss ich da machen? Ich will da eben eigentlich gar nicht... So Ungefähr Die kommen hier aber auch raus Die kommen hier wirklich? Nein! Ja, das war's Fuck Okay Zuerst muss ich in dem Fall die loswerden Fuck, das sind ja recht viele sogar Fuck Die Scheiße ist das schon noch im Pumpgang Ja, eben Und das ist genau das Problem, ey Ey Alter Alter, wie viele kommen denn hier? Alter Ja, richtig Reiß mich mal runter Schlampe Manni, da kommen ja immer noch mehr, Mann Oh, Alter Hä, jetzt habe ich hier wieder Munition gekriegt Ist ja nett Ich glaube, ich muss da oben was kaputt schießen, Mann Äh Was ist jetzt wieder für ein Fehler hier? So Fotzen Auf die Seite So, jetzt kommt mal alle her Hallo, hier zu mir Guck Das ist alles super Ich glaube, ich möchte mich nennen, jetzt gehen Also, ich komme Und Oh Ja, weil Die Radio-Broadcast. Das ist die Schrauben, die die neue Verlegung erschaffen. Er schnau die Überzeugung von überall auf der Stadt. Geh die Leute, benutze sie. Sie sind mehr gefährlich als die Todes. Und hier muss ich rüberspringen oder was? Wie soll denn das wieder gehen? Versuchen wir es nochmal. Und zwar nicht so zuversichtlich. Doch. Ah scheiße, hier hätte ich nach oben müssen. Okay, gut. So nochmal. Die Radio-Broadcast. Das ist die Verwaltung, die die neue Verwaltung hat. Die Verwaltung von all over der Stadt. Sie holen die Leute, benutzen sie. Sie sind mehr gefährlich als die Möge. Warte mal, da unten hat sicher was Jetzt kann ich ja wieder zurück, okay? Hat hier oben sicher auch noch was? Ja, ein Zombilein Komm, Zombie, komm, Booty, Booty Sehr schön Oh Oh Das war's für heute. Nein, nicht schon wieder so eine Scheiße, weil das zusammenfällt. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein, nein. Hm, okay. Ja, das denke ich schon. Da hinten war doch einer. Ja, da hinten war einer. Das war's für heute. 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 Stella ist hier. Ich kann es fühlen. Meine Familie. Das ist es, Randall Wayne. Das ist es. Okay. So, hier werde ich diese Episode beenden. Und danke vielmals fürs Zugucken und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss. 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 Tschüss.